Das Rektual ist ja der Grund von Habis und dann haben wir Karte gespürt. Wir könnten ja eigentlich dann aus der Norden in unseren eigenen Bolzen einbeziehen. Wenn ihr es eigentlich gerade in Wachstatt mit einem Fass, mit einer Hohen und der Steff von der Belsch. Das ist der Grund. Dann gehe ich auch in Eka. Wir könnten eigentlich einen Versuch oder Rüttler machen. Der Buhlwünsch, der hier der Meister ist. Und das ist der Beinehäuser. Oh, wow. Das ist natürlich noch nicht so viel Interessante. Und nach der ersten Sprache habe ich gemerkt, dass ihr euch steckt. Und ich denke, ja. Und das ist ja wirklich cool. Mit Englisch, aber ihr dürft es hinterlassen. Und das ist jetzt das nächste Stück. Alles. Alles. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020